servus liebe leute heute mal ein lustiger glitsch wie beim letzten mal schon heute wieder was mit dem chat und ja ich kann euch kurz zeigen wie ihr in farben schreiben könnt wtf bislang weiß ich nur blau aber habs rausgefunden hier ihr macht den einen pfeil dann macht ihr ein kleines c 3 3 6 6 9 9 warum hab ich das gerade nicht gespeichert das war dämlich von mir und dann könnt ihr schreiben ich kann es halt ihr seht ja blau ist ja und die restlichen schriften sind entweder weiß oder schwarz schwarz bei euch glaube ich und ja dann schreibe ich noch natürlich ein ausrufe zeichnen und es geht in folgendermaßen weiter hier im der backslash der hier ein kleines c und so ich kann blau schreiben ich kann es halt leckumio ich kann einfach blau schreiben episch 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 ist witzig und wenn ich die nächsten farben rauskriegt dann werde ich euch natürlich auch noch ankündigen aber das ist jetzt nicht thema jungs haut mal rein bis zum nächsten mal tschau tschau